In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Punktwolken in Pinpoint importieren können bzw. wie Sie bereits importierte Projekte öffnen können. Als erstes kopieren wir unser E57-Projekt auf den Desktop. Starten Sie als erstes Pinpoint und klicken Sie auf die Create-Schaltfläche. Wählen Sie den gewünschten Speicherort und vergeben Sie einen Namen für Ihr Projekt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Es öffnet sich umgehend ein Dialog für den Scan-Import. Wählen Sie die entsprechende bzw. die entsprechenden Punktwolken aus und klicken auf die Open-Schaltfläche. Auf der linken Seite sehen Sie, wie Pinpoint die Projektdatei mietwohnung.smf anlegt sowie den Projektordner mietwohnung.data. Nun benötigen Sie etwas Geduld für die Punktwolkenverarbeitung. Wir zeigen Ihnen diese Schritte im Zeitraffer. Sobald alle Daten verarbeitet sind, sehen Sie ein 3D-Modell Ihres Projektes. Natürlich müssen Sie die Punktwolken immer nur einmal importieren und können es jederzeit wieder öffnen. Wir machen das hier nur einmal symbolisch. Schließen wir das aktuelle Projekt und öffnen es erneut über die Load-Schaltfläche. Sehen Sie im kommenden Tutorial, wie Sie einen Raum modellieren. Die Links finden Sie wie immer unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.